Bei regelmäßiger Anwendung können diese Augenübungen Kurz- und Weitsichtigkeit deutlich verbessern. Sie sind Kraft- und Beweglichkeitsübungen, die den Augenleben und Gesundheit schenken. Da das Auge im Wach- sowie im Traumzustand fast ständig aktiv ist und es das Sinnesorgan ist, welches unseren Geist mit den meisten Eindrücken bereichert, sind die Augen oft unter Daueranstrengung, welches unter anderem Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen kann. Diese können mit den einfachen und kurzen Übungen behoben werden. Achte bei der Übung darauf, dass deine Gesichtsmuskulatur und dein Kiefer ganz entspannt bleiben, während du versuchst, deinen Augenmuskel so weit wie möglich zu dehnen und zu stärken. Setze dich in einen für dich bequemen kreuzbeinigen Sitz. Hände liegen locker auf deinen Knien, Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft. Schließe deine Augen und stelle dir hinter deinem Kopf eine große Uhr vor. Ganz groß und deutlich siehst du die einzelnen Ziffern auf dieser Uhr. Öffne nun deine Augen und schaue nach oben und hinten auf die zwölf. Die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und wieder auf die zwölf. Die elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und zwölf. Eins, sieben, eins, sieben, eins, sieben, elf, fünf, elf, fünf, elf, fünf, elf, fünf, zwölf, sechs, zwölf, sechs, zwölf, sechs, zwölf, sechs, drei, neun, drei, neun, 3 9 Strecke jetzt deinen rechten Arm aus, Daumen nach oben, einen Punkt weiter von dir entfernt, schaue auf deinen Daumen, Nasenspitze, Daumen, Punkt, Daumen, Nasenspitze, Daumen, Punkt, Daumen, Nasenspitze, Punkt, Nasenspitze, Punkt, Nasenspitze, Punkt, Daumen, Nasenspitze, Punkt, Daumen, Punkt, Punkt, Daumen, Punkt, Daumen, Punkt, Daumen, Nasenspitze, Daumen, Punkt, Daumen, Nasenspitze, Daumen, Punkt, schließe deine Augen, reibe deine Hände kräftig aneinander, bis sie richtig warm sind und lege deine Handflächen auf deine geschlossenen Augen. Spüre, wie die Wärme durch deine geschlossenen Lider in die Augen dringt, reibe noch einmal deine Hände ganz kräftig aneinander, lege die Hände wieder auf die Augen und öffne nun deine Augenlider, lasse die Wärme deiner Hände in deine geöffneten Augen fließen. Senke dann deine Arme und genieße die frisch gewonnene Energie in deinen Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017